Ich glaube, das geht hier ein bisschen schneller, oder? Wenn ich hier die Sachen kaufe. Ach nee, nicht verkaufen, warte. Ach, ich kann gar nicht in den Katalog blättern. Wieso das denn? Ach so. Oh, weil ich nur auf der Ranch arbeite. Dann muss ich das so machen. Gut. Im Katalog kann ich nicht blättern, aber ich kann trotzdem Sachen kaufen. Ja. Ich bin gerade an den PC gekommen, liegt vielleicht daran. Ach so. Ah ja. Hallo, Käpt'n. Okay, überlege mir jetzt den zweiten Season-Pass von Tekken zu holen. Stimmt, Tekken habe ich ja auch noch. So, ein paar Äpfel noch. So, habe ich alles? Bisschen Alkohol, was soll's. Äh, okay. Ich habe dich doch gar nicht berührt. Was willst du denn? Ich habe ja auch noch nicht berührt. Okay. 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 Spiel. Stimmt, der kommt ja auch jetzt in Monster Hunter rein, ne? Ich hab's ja auf, ja, auf der PS4 hab ich das, aber... Am PC jetzt nicht. Ich glaub, am PC wär das ein bisschen cooler. Wieso fragst du? Also ja, warum nicht? Finde ich eigentlich ziemlich cool, die Idee, dass er da reinkommen soll. Hallo, kann ich, äh, dieses Theater findet ihr seit keine Vorschriften? Oh, Mann. Nur weil wir auf dieser dummen Ranch arbeiten. Komm, wir bringen die alle um und dann können wir hier endlich mal ein bisschen Party machen. Ich hab so das Gefühl, wenn ich jetzt dorthin reite, dort nach oben zu dieser Aufgabe, dass es dann auch nicht funktioniert, weil ich noch auf dieser Ranch arbeite. Hab ich so das blöde Gefühl. Ich kann's probieren. Ich hab Zeit heute, also ist mir egal. Was soll's? Komm. Ähm. Ja, ich wollte... Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, mein Pferd ist besoffen. Mein Pferd ist wirklich ziemlich komisch beim Reiten. Schwankt grad mein Internet? Wirklich jetzt? Ja. Wartet mal. Hm, okay, ich beobachte das. Also wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid. Dann gehe ich ein bisschen mit der Bitrate runter. Keine Ahnung, was schon da los ist. Ich habe auch Monster Hunter. Also auf dem PC, ja, aber ich habe Monster Hunter. Ach, du hast Monster Hunter auch auf dem PC. Echt? Wann das denn? Ich weiß nur an der PS4. Seid heute. Wow. Wow, einfach nur wow, Killer. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Einfach nur wow. Den Jungen muss man irgendwie anketten. Ich weiß auch nicht. Man redet über etwas und er so, ich habe es jetzt. Ja. Wir müssen mal wieder zusammen Hunter und Monster jagen. Ich bin, ja, ich kam da bei dem ein Monster nicht weiter. Weil ich halt so schlecht ausgerüstet war und alleine hatte ich irgendwie keine Chance. Das fand ich ein bisschen doof. Weil da steckt man dann die ganze Zeit rein und stirbt dann wegen diesem Vieh. Was denn? Auf dem PC soll es echt geiler sein, deswegen habe ich es mir geholt. Aber warum genau jetzt, wo wir es erwähnen? Okay, warte, habe ich... Oh nein, ich habe keine Waffe. Scheiße. Ich habe ein Messer. Hallo? Der hat Blut und so. Okay, ich nehme an. Okay. Ich habe aber keine Waffe. Okay, mach mal. Habe ich irgendeine Waffe? Bitte, irgendwas. Oh, super. Aber vier Schuss. Wow. Ich werde sterben. Okay, ich schaue mir das an. Hard... Limit. Hard am Limit. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffen werde. Mit vier Patronen. Ansonsten schlachte ich die mit dem Messer, wenn ich es schaffe. Kill sie! Ja, ich versuche es. Ich versuche es. Wo sind die? Die kommen, um dich zu retten. Los, schneiden, grüße... Ja, ich schneide dich los. Hallo, Kätzchen. Nervvoll, dass es immer noch 31 Euro kostet. Ja. Oh. Okay. Ja, ich habe meine Lieblingswaffe. 17 um 17. Hallo, Unichan. Und nein, nicht 17 um 17. Nein. Ich habe gelernt, was das heißt. Nein. Okay, habe ich alles geplündert? Hallo, Silatio. Dich habe ich ja gar nicht gerade gelesen. Wow. Entschuldigung. 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 So, ich habe die jetzt gerettet. Ich habe das heute Mittag im Expert gekauft. Die hatten das dafür 29 Euro stehen. Okay. Kann ich hier nicht rein? Ist zugeschlossen. Kann ich das aufschießen? Na gut, ich habe die Leute jetzt gerettet. Was soll's. Beziehungsweise den Typen. 17 nach 17. Ja, stimmt. Mein Internet schwankt ein bisschen. Aber ich hoffe, das merkt man nicht so doll. Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist. Die kann ich eigentlich wegmachen. Die hat sechs Patronen. Ja, super. Schaffe ich ganz viel damit. Ich habe Arrow Staffel 6 durch. Nun heißt es warten. Oh ja, sowas hasse ich. Warten ist doof manchmal. Was macht man das jetzt hier? Ich will es 12 Billionen Teller Pommes hinstellen. Mhm. Okay. Ist ja nicht wenig oder so. Kriege ich einen ab? Ja, klar. Warum nicht? Ist genug für alle da. Lustig ist auch, ich könnte es für 16 bekommen, weil ich einen 15 Euro Gutschein von PayPal für Ebay bekommen habe. Und auf Ebay gibt es das auch für 31 Euro. Aber ich habe keine 16 Euro. Wow. Es gibt bestimmt irgendwann noch eine Aktion, wo es noch billiger wird. Würde ich mal vermuten. Und Gerald ist ja noch gar nicht draußen. Ich glaube, da futtern wir uns zusammen, äh, äh, zusammen mit... Baaah, warte, ich kann mich da nicht lesen. Ich glaube, da futtern wir uns zusammen tot bei den Pommes. Ja. Tun wir. Und ich reite schon ganz woanders hin, wo ich gar nicht hin soll. Einer ist zu viel. Ja, nur einen halben. Das geht so nicht. Tot durch Pommes. Einfach überfressen, genau. Nein, stopp, die sind nur für Liz. Okay. Also werde ich nur sterben. Weil ich mich überfressen werde. Okay. Am besten esse ich die jetzt gleich, damit ich den Sonntag nicht mehr erlebe. Nein, Spaß. Ähm. Aber wenn ich jetzt da umsonst hinreite, muss ich irgendjemanden von euch schlagen. Ja. Perifax. Äh, ich mein Nils. Hi. Ich gewöhne mir das nicht ab, dass ich eure... Ähm... Twitch-Account-Namen aufsage. Das tut mir nicht. Wie sich keiner angesprochen fühlt. Wie ist es wert? Was? Hallo, Jumper. Wie angesprochen fühlen. Was? Ich will auch Pommes. Ach, das Game hat Zeit, mir eine Pommes nehmen. Das rennt nicht weg. Nee, das rennt wirklich nicht weg. Also, wenn Geralt kommt, dann ja. Dann hätte ich vielleicht wieder Bock, mal zu spielen. Aber jetzt so zur Zeit... Nee. Ich muss auch nochmal Destiny spielen. Habe ich auch noch nicht angefangen. Hallo, Kaktus. Guten Abend, Ladies und Gentlepeople und Hobo-Boys. Ah, wie schön. Das Pferd heißt Rachel. Hast was Gutes gezogen in den Boxen? Nicht das, was ich wollte. Leider nicht. Kannst du dir in der Aufnahme anschauen. Ich habe es extra im Stream gemacht. Anzap anfangen. Kannst du mal kurz... Kannst du mal kurz gehen? Dankeschön, damit ich Katzel aufheben darf. Dankeschön. Ja. Seht ihr, das hatte ich noch nicht. Ich muss doch alles sammeln. Es trampelt auf mir rum. Ich hoffe, mein Pferd kommt jetzt aber wieder, ne? Jetzt hast du viel Caps. Jetzt hast du zu viel Caps eingesetzt. Ja. Strafe muss sein. Katze, benimm dich. So Grind-lastig ist das mit zwei gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Macht am PC bestimmt Spaß. Brennt schreit durch den Chat. Aua, mein Ohr. Schrei doch nicht so. Jetzt nur einmal hier rum. Ja, hast du gut gemacht, Rachel. Ich habe das Pferd nicht so genannt. Hype-Mod. Solida, du weißt ganz genau, dass es für die Mods ist. Du musst Hype-Sub machen. Mann, ich hatte mich voll dran... Ja, du. Die anderen aber nicht. Alter, wo ist denn der Typ? Ich reite bestimmt umsonst hierher. Ich kriege das Kotzen. Nein, das mache ich nicht. Ja, nicht. Hallo, Döner. Oh, echt? Liss sagte, sie hat das noch nicht gespielt und man kann daher schlicht auf. Was? Was? Power Level 500 jede Woche Aufgabe machen, um 600 zu machen. Ist das nicht grindlastig? Ja, wenn man es unbedingt hundertprozentig machen möchte mit dem Grinden, ja. Ich würde es nur so spielen, einfach so zum Spaß. Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit grinden, hätte ich keinen Bock drauf. Was Chris sagt. Was? Überhaupt zwei Hypes für nicht Käse? Also soll ich einen Hype allgemein machen? Also mir ist das egal. Ich habe nur Angst, dass das dann ein bisschen außer Kontrolle gerät. Dass das dann zu viel ist. Dass man den Chat dann nicht mehr lesen kann. Weil so kann man Nachrichten dann nicht mehr überlesen. Seine Zuschauer sind voll. Das wird nicht zu viel, glaube ich. Einfach von einem... Das hätte sie mir ruhig auch vorher sagen können. Dass die zwei euch nicht angenehm sind. Mir ist das egal. Sind das die Wölfe von letztes Mal? Huch! Ups, Salah. Ich wollte jetzt nicht hier rein. Entschuldigung. Ist die Aufgabe noch da? Ach komm, jetzt ist sie weg, oder was? Was quietscht hier so rum? Nicht so quietschen, bitte. Oh mein Gott. Oh, ihr kommt jetzt nicht zu mir, oder? Ihr kommt jetzt nicht zu mir. Kann ich irgendwo schlafen, dass es dann vielleicht Tag ist? Vielleicht ist es deswegen... Weil es jetzt Nacht ist. Ah, okay. Woher weiß ich, was für commands du hast? Und nein, ich lese mir keine Descriptions durch. Steht in der Info. Da war ich mal was Besonderes. Und dann... Ich werde das noch ein bisschen aufhübschen mit dem Hype. Also, dass es ein bisschen größer und hübscher aussieht. Aber dann hat jeder was davon. Mag da nicht mehr stehen. Wo denn? Wenn du schon gerade im Board bist, kannst du bitte mich aus der Top 10 entfernen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Noch 30 Minuten und dann Red Dead Redemption. Zwei Online mit Gang. Oh, cool. Viel Spaß wünsche ich dir. 100% wieder Rockstar viel, ne? Aber Shadowrun willst du da raus? Das ist doch eigentlich... Ja, ich weiß nicht, wie ich das aus dem Board jetzt kriegen soll. Hat noch nie jemand gesagt, dass ich das raus machen soll. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Oh, Shadow, Eliza, frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Ja, ist ja bald. Meine Brille rutscht in letzter Zeit so. Ich habe keine Ahnung, warum. So ist die Aufgabe jetzt wieder da. Ich habe jetzt hier geschlafen und... Nö, ja, doch ist sie. Nein, ihr werdet gleich sehen, warum frohe Weihnachten. Okay. Warum auch immer. Kannst du nicht einfach irgendwie die Zeiten streichen oder so? Ich mag das irgendwie nicht so gern. Mir kommt das vor, als wäre ich in einem Wettbewerb. Das ist doch nur Spaß. Das ist doch wirklich nur Spaß. Ich kann nachher mal gucken. Wenn es geht, dann kann ich dich ja aus der Liste machen. Und noch eine andere Person, die eh nicht mehr da ist. Ich kann mal gucken nachher. Oder morgen, weil... Ich weiß nicht, wie lange ich heute streame. Das kann ja bestimmt wieder bis zur Nacht gehen. Also mir ist das egal. Was hat Killers schon wieder vor? Ich habe keine Ahnung. Ich frage auch gar nicht. Ich frage einfach nicht. Ich habe einen Verlänger getreut und dann habe ich ihn die, äh... Ah, okay. Kann das? Das wird wieder bis in die Nacht gehen. Gar nicht wahr. Katze! Charity. Ach stimmt, da gibt es ja so ein Charity-Dingsbums. Dankeschön. Dankeschön. What? Was? Und Dankeschön für die 400. Dankeschön. Versuch die ganze Zeit Bots zu entfernen, aber da will, äh... für nicht so recht funktionieren. Ich bin da nicht verrückt gerade. Bei mir gerade nicht, hoffe ich. Ja, ich habe gesehen, wie die Zivilisation und die industrielle Erwanderung dich in die Krieg bringen. Progresse, also... Es ist nicht immer Progresse. Außerdem, ich bin hier nicht leidig. Ich habe eine Firma. Ja, ich glaube. Komm, schau an diese. Ich brauche wieder eine Pizza. Ich hatte die ganze Woche keinen. Oh. Hast du einen Pizza-Entzug? Irgendwie hat der Killer ein Spiel geschenkt oder eine große Donation gemacht? Donation würde angezeigt werden. Nee. Und Spiel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Killer meint. Vielleicht macht er auch nur Scherzen wieder. Oh. Schweinebraten. Äh, ich meine, scheiße, ist das groß. Aber ich habe nicht so viel Munition. Wow, der aimt ja noch schlimmer als ich. Kann ich es auch in die Luft sprengen? Habe ich überhaupt nicht? Nee, ich habe ja gar nichts. Boah, wie soll ich denn dieses Monster hier... killen? Killen. Das war jetzt viel zu schnell für mich. Ach, verdammt. Dauert noch was. Habe gedacht, die sind schneller. Habe euch beiden Monster Hunter Wolf im PC geholt. Dauert. Dauert noch... Dauert noch was. Jä ولest noch was ...